Freitag bei RTL 2 Colonel, was glauben Sie, er hat das denn gerichtet? Wir wissen noch nicht mal, was es ist. Wir haben es mit einer völlig neuartigen Kreatur zu tun. Er bewegt sich Richtung Manhattan. Sie evakuieren die Stadt! Sie haben die Nationalgarde gewogen! Er ist nur ein Tier, verstehen Sie? Wir müssen nur herausfinden, was er braucht. Und dann kommt er zu Ihnen. Bereit machen Sie zum Angriff, Jungs! Feuer, Feuer! Es wird womöglich schwieriger werden, als wir angenommen haben. Ziel verfehlt, Sir. Verdammt! Godzilla Freitag, 20.15 Uhr Bei RTL 2 Und danach The Walking Dead, die siebte Staffel